Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together The Legend of Zelda, Link's Awakening mit mir, eurem Dengoku Senpai und Superbrot1992. Wir sind noch im Dungeon, ich sehe noch einige Kisten. Ich habe schon die Info, wir haben ein neues Kraftarmband gerät, jetzt haben wir ein rotes, ein Level 2, so wie es aussieht, äh L2. Ja genau, was ich da noch sehe ist, da rechts, da ist noch der Angelhaken, den müssten wir auch mal wegbringen zu dem Angler, der da unter dem Steg auf uns wartet. So, er möchte jetzt, dass wir... Lässt du mich gehen? Ach, mein Pad ist geradeaus irgendwie. Moment, das muss ich mal eben kurz aktivieren. Why? Warum? Weil ich es kann. Äh, ja. Ah, die Geschwindigkeit ist gerade höher gesetzt, ich wundere mich schon, warum der Sound irgendwie so komisch klingt. Vom letzten Race, was ich gemacht hatte. So. Okay, lass uns die Höhle erkunden, würde ich sagen. Äh, ich müsste mal eben schnell mein Schwert nehmen, glaube ich. Nein. Oh, sehr schön. Komm raus. Oh, die lassen sich gar nicht so töten. Das ist aber schlecht, dann nehmen wir mal hier unseren Enterhaken, damit geht das bestimmt. Daneben. Komm hoch. Komm hoch. Hä? Ah, jetzt. Okay. Vielleicht können wir sie jetzt erschlagen mit unserem Schwert. Ist das alles kompliziert hier? Das verstehe ich nicht. Warum kriege... Muss ich jetzt Pfeil und Bogen benutzen, um die Viecher zu erledigen? Das ist very komisch. Ha! Erwischt. Kacklappen. Nein! Komm hoch. Daneben, äh, Treffer! Bats! Oh, die halten aber einiges aus, muss ich sagen. Ich sollte nicht so verschwenderisch mit meinen Pfeilen sein. Ha! Einen haben wir erledigt. Sehr schön. Komm hoch. Aber wisst ihr was? Ich mach das jetzt ganz einfach. Wir machen jetzt mal hier den Enterhaken hin. So. Komm hoch. Na komm. Boot, boot, boot. Ha! Jetzt. Ha! 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 Strategie for the win, würde ich sagen. Mal eben so. Komm hoch. Bats! Und tschüss. So. Sehr gut. Wir sind jetzt hier unten. Das heißt, wir müssen nach unten weitergehen, weil da haben wir nämlich... So, die sammeln wir mal eben... Sammeln wir mal eben ein. Ach so. Lied 1. Dann nehmen wir das. So. Los geht's! Da ist eine Kiste. So. Ihr seid tot. Sehr gut. Oh! Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Da wisst ihr, wie kompliziert das ist, wenn man das schon eine Ewigkeit nicht mehr... oder eine Weile nicht mehr gespielt hat. Ach, warte. Hier ist doch... Was sagst du? Springe auf die Kristalle, um voranzukommen. Aha. Was für Kristalle? Kann ich da auf diese Steine springen? Ne, das geht nicht. Aber da will ich hoch. Muss ich hier die Dinger vielleicht... Okay, man kann sie nicht hochheben. Können wir sie vielleicht schlagen? Na, das geht auch nicht. Aber wir haben doch eine Melodie, die etwas lebendig macht, oder nicht? War es der Frosch? Ich glaube, das war der Frosch. Und jetzt? Hat nicht funktioniert. Okay. Wir sind ja noch nicht ganz radlos. Drahtlos. Machen wir eine Bombe. Batz. Okay, das ist es nicht. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Das heißt, wir müssen erst mal die Kristalle finden. Gehen wir mal da hoch. Äh, ach ja, Schwert habe ich ja da. Geh weg. Ah, fuck. Es hat mich erwischt. Halt, 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 halt. Ich will mal eben das Kraftarmband... Ach, immer dieses Hinweis. Der hat zwischen den Items... So, danke. So, der ist erledigt. Und der da ist auch tot. Ein Saubär. Irgendwo werden wir schon was finden. Hier können wir uns rüberziehen mit unserem Enter... Oh, eine Kiste! Kiste! Tadatating! Mit einem kleinen Schlüssel lässt sich fast jedes Schloss eröffnen. Okay, hier geht es nicht weiter. Da ist ein Kristall. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Gar nicht. Na, geh! Dann müssen wir wieder zurück. Wo ist denn... Meine Karte? Hier rechts hoch. Aber wie kommt... Das heißt, ich muss von da irgendwie kommen. Außen rum. Ist das alles kompliziert? Vielleicht mache ich es... Oh nein, oh nein. Es hat mich erwischt. Scheiße. Scheiße! Geh weg. Okay, das nächste. Tschüss. So, hier kamen wir auch nicht weiter. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie... Ne? Äh. Was haben die Dinger denn hier zu bedeuten? Was soll denn das? Ah! Okay, gehen wir mal zurück. Klambe Statuen. Die können wir doch bestimmt lebendig machen, oder? Mit unserer Melodie. Die Melodie soll ja Sachen lebendig machen. Und hieß es ja. Von daher müsste das ja eigentlich gehen. Aber irgendwie geht das nicht. Was den Scheiß. Aber die kann ich verschieben mit meinem neuen Kraftarmband, oder? Wir sind ja super stark. Achso, okay. Ja, das ist es gewesen. Das war auch total geplant. Ich habe gewusst, dass das funktioniert. Nicht? So. Okay. Also irgendwie vorankommt man hier ja nicht, da muss ich ehrlich sagen. Was ist das denn für ein Scheiß? Äh. Ich bin hier, aber da will ich gar nicht hin. Scheiße! Na gut. Gehen wir mal zurück. Wir haben jetzt einen legendären Schlüssel. Lass mich durch. Oh mein Gott, ich bin ins Loch gefallen. Geh weg. Geh weg. Ah! So, super. So, hier war der Eingang, soweit ich mich erinnere. Das heißt, wir müssen hier irgendwo was... Irgend... Diese Drecksviecher, ne? Soll ich die mal im Kild nehmen? Ne, brauchen wir gar nicht. Wir gehen mal da oben hin. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Ah, Mann. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt erwischt der mich auch noch. Ah, da sind Herzchen. Ich will die Herzchen. Ha, 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 ha. Loser. So, jetzt haben wir das aktiviert. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo ich hier gerade hinlaufe, Leute. Muss ich ehrlich sagen. Aber hier war er anscheinend schon. Gesterben. Bling, bling. Batz. So. Und jetzt? Die Dinger verschieben kann ich nicht. Was ist das denn für ein Quatsch? Kann mir das mal jemand erklären? Ja, ich kann nichts verschieben. Vielleicht müssen wir hier Licht anmachen. Haben wir noch Puder? Nö. Hatten wir nicht mal ein Item für Feuer? Nö, Karl. Gehen wir da mal rein. Yay, super. Mario. Oh Gott. Ein Herzchen. Geh weg. Ah, lass mich in Ruhe. Mit dem Gummischuh. So. Nein, 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 nein. Geh weg. Haha. Oh Gott, bin ich gut. Geh weg. Ja. Was? Fick dich doch, ey. So, sehr schön. Das war auch geplant. Alles, was ich tue, ist geplant, Leute. Es gibt niemals etwas Ungeplantes in meinem Leben. So, wir müssen mal eben... Ja, fick dich. Feuer anmachen? Wie mache ich denn Feuer an? Egal. Gehen wir hier mal hoch. Was ist das denn? Ach so, Pferdeköpfe sind das. So, was sagst du mir denn? Benutze Bomben, um in die Augen der Karte zu gelangen. In die Augen der Karte? Hä? Verstehe ich nicht. Klingt nach einem sehr, sehr verwirrenden Rätsel. Superbrot meinte zu mir, dieser Tempel ist nicht sonderlich schwer. Ich finde ihn gerade sehr anstrengend. Oder? Ach, der ist hier schon wieder. Fick dich doch. Rückkehr, dann rückkehr. Batz. Nein, das wollte ich überhaupt nicht, du Pisser. Ah. Okay, nehmen wir mal eine Bombe. Haha. Boom. So, sehr schön. Danke. Oh nein, was soll das denn jetzt? Oh. Jetzt komme ich da gar nicht weiter. Fuku-U. Wo ist das Kraftanband? Da. Nein, lass... Oh, diese blöde Ocarina, ne? Hallo? Ach, da ist es ja. So. Hat mir aber nichts gebracht. Ich bin immer noch eingeschlossen. Ach, ich kriege zu viel. Ach, da ist... Witzig. Hier war er also auch schon. Aber wir können auch mal ein paar Dart-Pfeile mitnehmen. So. Geh weg. Herzchen! Nein! Warum habe ich nicht mein Schwert ausgerüstet? Lass mich in Ruhe. Scheiß Vieh. So. Bomben bis zum Umfallen. Das muss ja einen Grund haben, warum wir jetzt so viele Bomben kriegen. Hier war er schon. Hier war er auch schon. Ich kann die Dinger ja auch nicht bewegen. Was ist denn das für ein Scheiß? Also eigentlich müssen wir hier hoch. Oder kommen wir ja nicht durch. Und das Tor ist... Och mein Gott! Lass das doch! Verschlossen! Oder muss ich irgendwo noch einen Gegner erledigen? Kann ja nicht. Ich glaube, ich muss das Ding da aktivieren. So. Bats! Danke! Nein! 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 Wie hat er das denn gemacht? Wie ist er da rangekommen? Ich verstehe das nicht. Bats! Kann ich die kaputt machen? Och nein! Och nein! So was Lames! Ja, du bist ein Held! Vom Erdbeerfeld! Guck mal her! Treffer! Ta-ta-ta-ta! So schießt man! So, erstmal sammeln wir das ein. Dann geht's hier lang. Ein bisschen schnell. Aha! Aha! Wie soll das denn jetzt hier gehen? Das ist ja wirklich sehr interessant. Nicht? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht! Mein Gott! Ich verstehe so einiges in diesem Spiel nicht. Ist ja auch komisch. Was soll denn das? Ach, wir haben doch hier... Mach den mal bitte. Bing! Nein, das war zu viel. Einmal nur. So. Jetzt müsste hier gleich alles wieder weg... Ja, es ist weg! Aber diese Fuku-U-Viecher sind immer noch da. Einmal das und einmal das. Ah, Mann! Leck mich doch! Lass mich doch in Ruhe, du Drecksvieh! So ein Kackvogel. So, erledigt. Aber hier ist nix. Es macht Klingelingeling, aber es passiert nix. Das Ding kann ich nicht... Uuuh! Töten! Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Benutze Bomben, um mir ins Auge zu kommen. Aber hier... Nein, 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 nein! Renn in die Bombe rein. Ne, das geht alles nicht. Was ist denn Scheiß? Oh! Ich hasse sowas, wenn irgendetwas nicht funktioniert. So wie ich das gerne hätte. Fick dich. Fick dich! Okay, okay, okay. Moment, Moment, Moment. Ich brauche jetzt mein Kraftarmband. So, rein da. Okay. Das ist ja nicht sonderlich schwer. Yay! Wir haben Rubine gefunden. Ist das nicht... Wunderschön! Was haben die Köpfe hier eigentlich zu bedeuten? Dieses Vieh geht mir gerade ein bisschen auf den Schnürsenkel. Das heißt, wir werden es töten müssen. Mit Pfeil und Bogen. Erledigt. Betz. Vielleicht war das doch nicht so clever. Vielleicht war das jetzt richtig dämlich. Ja, ne? Wie mache ich das jetzt? Nein! Oh, ich bin so blöd. Na gut. So. Gehen wir da einfach mal hoch. Are you fucking serious? Oh, ich bin so bescheuert. Kann ich das Ding mit meinem Enterhaken erwischen? Weil Pfeile habe ich jetzt ja leider nicht mehr. Das geht natürlich nicht. Oh, eine Muschel. Eine Zaubermuschel. Ganz toll. Nach der habe ich jahrelang gesucht. Hm. So ist es gewesen. Aber so will ich das gar nicht. Aber ran komme ich da jetzt sowieso nicht mehr. Ich muss mir meine Pfeile auswechseln. So. Achso, ich muss da reinspringen. Stimmt ja. Oh mein Gott. So. Wie komme ich jetzt raus? Gar nicht. Oh mein Gott. Ich bin gefangen. So eine Kacke. Ich dachte, der Tempel soll so einfach sein. Davor merke ich im Moment gar nichts. Nix. Ich bin eingefangen. Ich bin gefangen. Sehr gut. Level 6. Mastentempel. Die Dinger hier hochheben kann ich auch nicht. Hä? Der ist hier ganz schön verpackt, der Macker. Ich will hier raus. Nervt mich das jetzt ein bisschen? Vielleicht. Weißt du was? Ich lasse mich jetzt von dem Vieh töten. Das ist mir zu doof. Ich komme jetzt wieder zum Start zurück. So, wir sind jetzt auch bei 15 Minuten. Ein bisschen über 15 Minuten schon wieder. Speichern und weiter. Danke. Okay. Hier sind wir. Da oben komme ich nicht hin. Ich könnte mal versuchen, hier rechts irgendwie was zu reißen. Aber versprechen kein... Ach, ja, genau. Ach, geh doch sterben, du behinderter Bastard. Geh weg da! Oh, der nervt schon so ein bisschen. Oh, geh weg! Oh, mein Gott! Ach, dein Ernst? Verdammt. Du bist mein Schild. So. Ja, schieß dir mal ruhig. Kein Problem. Passt schon. Ja, ihr seid Helden. Fliegende Herdplatten. Vor allem Herdplatten. So, dich will ich mal hochheben hier. Ha, ich habe alles verbraucht. Wir haben nur ein paar Bomben. Das war's. Nix! Da ist nix drin! Wo will ich jetzt überhaupt hin? So, gehen wir mal einen hoch. Super! Tot! Hey, ich verliere immer mehr Energie und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll hier. Ich hasse Zelda. Nein, ich mag Zelda, aber... Es ist so unnötig. Geh weg. Ach, Schiete. Stimmt ja. Das ist jetzt natürlich super. Was soll das? Oh! Ich habe gar nicht genug Pfeile, um die Platz zu kriegen. Vier Stück brauche ich für ein. Ich kann nochmal was anderes probieren, ob vielleicht Bomben auch funktionieren. Bomben! Jo, das funktioniert sogar besser. Toll! Jo, den Hebel zu bedienen hat das jetzt so hier verschoben. Hm. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendwas gebracht hat. Ach! Liegt das nur an mir, oder ist das wirklich so? Ich komme da ja trotzdem nicht rüber. Ach, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Ich kriege gleich zu viel. Oh! Was ist denn los hier? Nein, die will ich überhaupt... Ah, lass mich doch mit der fucking Ukraine in Ruhe, Mann! So. Komm her. Komm her. Du musst sterben. Nein! Ich kann ihn nicht töten. Doch, ich kann ihn töten. Oh, zum Glück. Düdlülül. Lüdlülül. Ja, genau. Erwisch mich. Yay! Ich liebe sowas. Nichts. So. Du bewegst ihn mal weg. Danke. So, Link. Du kannst auch einfach mal ein bisschen laufen. Das wäre mal eine Maßnahme. Wie komme ich da denn hoch? Ich verstehe das alles nicht. So, hier haben wir irgendwelche Diamanten. Ja, ja. Und damit hat sich das auch schon wieder. Wir haben Schlüssel, aber keinen Weg. Was ist das? Fiki, Faki, Fuki, Tuki, 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 Luki, Luki. Lass mich in Ruhe. Ah, ja, genau. Triff mich ins Gesicht. Ich bin gerade echt überfragt, muss ich sagen. Die Lösung ist vor mir. Nur sehe ich sie nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Tjoa. What nu, is the question? Dingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingel. Schlingelingelingelingelingel. Ach ja, hab ich ganz vergessen. Spastarde ohne Ende. Na, steh auf. Ah, genau. Fick dich. So, ihr kriegt jetzt erstmal eine fette Bombe von mir. Nein, da. So. Ach, zum Glück. Ich wollt grad sagen, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann kann ich hier ins Klo. Ich hab ihn doch getroffen. Warum schießt er denn? Wisst ihr was? Superbrot soll ich hier weitermachen. Ich hab keine Lust mehr auf diesen blöden Tempel. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schalten wir an, wenn es heißt Let's Play Together. The Legend of Zelda. Dings Awakening. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dengoku Senpai.